Ich habe einen Deutschkurs gemacht hier in Berlin, an der Volkshochschule Neukölln. Jetzt kann ich fließend türkisch. Einmal habe ich versucht, einen Dörner auf türkisch. Dann bin ich in den Imbiss reingegangen und sagte, ich habe einen Imbiss reingegangen und sagte, wenn ich Dörmdörner habe, dann habe ich einen ältesten Lütz. Und der Mann, der der Dicke, guckt mich so an und sagt, Mama Mia, kannst du keine Deutsch? Er war Chinese.